Du suchst Qualität? Optimale Schnitte für Frauen? Smarte, nachhaltige Materialien made in Italy? Yes, haben wir! Doch wir haben entschieden, nicht mehr darüber zu sprechen. Warum? Weil diese Dinge für uns selbstverständlich sind und unser unternehmerisches Handeln rechtfertigen. Worüber wir viel lieber reden? Wir machen Killer-Rad-Kids, die sich so anfühlen, wie sie aussehen. Punkt. Mittelmaß ist nichts für uns. Und suchst du uns in Schubladen, wirst du uns nicht finden. Wir rechtfertigen uns nicht. Genauso wenig stehen wir für Plattitüden und Girls' Right to Topics. Aber wir wissen, was es heißt, die eigene Stärke zu entdecken und freizulassen. Wir erleben positive Veränderungen, die Radfahren mit sich bringt. Und wir feiern das Herz. Die Liebe zum Radsport, die uns antreibt. Dafür steht Karma.